Ich bin mir sicher, dass wir ein vernünftiges Spiel abliefern werden in Düsseldorf gegen eine absolute Top-Mannschaft mit einem absoluten Top-Trainer, der wirklich schon, ich glaube, jede Facette des Fußballs auch kennengelernt hat. Es ist ein richtig dickes Brett, was wir da bohren müssen und das ist eine gute Mannschaft, wo man sich dagegen beweisen kann. Wir sind, denke ich mal, selbstbewusst genug, um zu wissen, dass wir da trotzdem punkten können, auch wenn es in den letzten Spielen jetzt nicht so gut gelaufen ist, aber wir haben den Anspruch, auch da Punkte mitzunehmen und so fahren wir da auch hin. Wir müssen einfach immer Vollgas geben, 100 Prozent unser Tor verteidigen und wirklich alles reinwerfen und wollen natürlich jetzt am Freitag zeigen, dass wir es auch anders können.